Mats Hummels war Schwiegermamis Liebling? Von wegen, Kathy Hummels Mutter Marion Fischer legt die Karten offen auf den Tisch. Kathy Hummels. So sollte ihr neuer Freund laut Mama Marion Fischer sein. Groß, humorvoll und weltoffen soll Kathy Hummels, 35, Traummann sein, wenn's nach ihr geht. Mama Marion Fischer achtet bei ihrem künftigen Schwiegersohn allerdings auf ganz andere Eigenschaften und macht nebenbei deutlich, was sie von ihrem Ex-Schwiegersohn Mats Hummels, 35, hält. Also, mir wäre es recht, wenn er einfach ein bodenständiger, normaler Mensch wäre. Huch, heißt das etwa, dass Mats Ex-Schwiegermama ihn arrogant und überheblich findet? Sieht ganz so aus. Und verwunderlich wäre das kaum, immerhin ist er als Fußballprofi ein gefeierter Star, verdient Millionen, und bei seinem Aussehen liegen ihm Frauen scharenweise zu Füßen. Da bekommt man ja gerne mal einen Höhenflug. Für Marion Fischer allerdings ein No-Go. Und nicht nur das stößt ihr Übel auf. Die indirekte Kritik an Mats geht weiter. Denn der besorgten Mutter geht es nicht nur um das Wohl ihrer ältesten Tochter, sondern auch um ihren Enkel Ludwig, 5. Für sie ist, neben der Authentizität ihres Schwiegersohns, ebenso wichtig, dass Kathys Neuer ein Händchen für den Kleinen hat. Kinderlieb soll er sein, der mal den Kleinen packt und mit ihm Skifahren geht, der mal mit dem Kleinen schwimmen und Radfahren geht. Der die ganz normalen Dinge macht und nicht nur gescheit daher redet. Autsch! Kathy Hummels. Neuer Freund sollte kein Fußballer sein. Klingt, als kümmere sich Mats in ihren Augen nicht gut genug um seinen Sohn. Denn ihre Formulierung gescheit daher redet dürfte sich definitiv auf den Fußball-Weltmeister beziehen. Ihm wird nachgesagt, sich im Vergleich zu anderen Profis sehr gut artikulieren zu können. Oh, oh, Marion Fischer bestätigt die Mats-Abrechnung abschließend sogar selbst, indem sie klarstellt, welchen Job ihr neuer Schwiegersohn nicht ausüben wird, das wird bestimmt kein Fußballer mehr. Aber was sagt Kathy zu all dem? Einen Fußballer schließe ich nicht aus, so die Influencerin. Der dürfte dann aber bei seiner Schwiegermama ordentlich Überzeugungsarbeit zu leisten haben. Leicht wird es nicht. Und wer weiß, vielleicht kommen deren Worte ja auch bei Mats Hummels an.